So ihr Lieben, ich kann mein Grinsen kaum in Worte fassen. Was für ein dämlicher Satz. Auf jeden Fall haben wir jetzt den ersten Teaser bekommen zum nächsten Godzilla-Film. Jetzt möchtet ihr vielleicht sagen, aber Tobi, den haben wir doch schon länger mal besprochen. Nämlich das Thema Godzilla Cross Kong oder wie ich sage Godzilla X-Kong oder wie andere sagen Tobi, das heißt Godzilla X-Kong. Wir leben hier auch in Deutschland. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier den nächsten Godzilla-Trailer bekommen und ja, tatsächlich haben wir von der Original-Erfinder-Firma von Godzilla den nächsten Trailer bekommen zum nächsten Godzilla-Film mit dem Titel Godzilla Minus One. Und ja, ich spreche die Titel einfach auf Englisch aus, weil es eben auch englische Titel sind. Deswegen war eben gerade so ein bisschen der kleine Seitenhieb da gewesen. Ich spreche die Sachen eben einfach so aus, wie sie auch im Original ausgesprochen werden. Damit musst du leider zurechtkommen. Wenn du nicht weißt, was Godzilla Minus One ist, da geht es ganz einfach darum. Also das ist auf jeden Fall eine Toho-Eigenproduktion. Und die letzte, die wir damals bekommen haben, war, meine ich, gewesen von Godzilla... Nee, von Shin Godzilla, kann das sein? Das ist schon ein bisschen her, auf jeden Fall schon ein paar Jährchen. Und danach haben wir eben das große Monsterverse bekommen mit Godzilla 2014, mit The King of the Monsters, mit Godzilla vs. Kong. Und jetzt bekommen wir eben dann Godzilla X-Kong oder Godzilla X-Kong oder auch Godzilla End-Kong, wie auch immer der Titel am Ende ausgesprochen werden wird. Parallel dazu bekommen wir aber eben auch noch Godzilla Minus One als Kinofilm. Und der ist, wie gesagt, von Toho exklusiv. Und der Grund, warum ich mich auf diesen Film so extrem krass freue, ist, dass ich ja seit Gründung dieses Kanals hier mir so ein wirkliches Herz an Godzilla gefangen habe. Der Kanal ist ja damals entstanden dadurch, dass ich eine Trailer-Reaction gemacht habe zu Godzilla vs. Kong und dann auch gesagt habe, ich habe gar keine Ahnung von der Thematik und habe dann so auf den Trailer ein bisschen reagiert und meine Meinung dazu kundgegeben. Und das fanden sehr viele Leute einfach sehr amüsant und auch interessant, wie jemand, der keinen Plan von der gesamten Reihe hat, darauf reagiert. Ich bin eben auch nicht so der Godzilla-Hardcore-Fan wie manch anderer. Ghidorah zum Beispiel ist ganz cool, ja, so als dreiköpfiger Drache. Rodan gab es noch oder auch Mothra. Das sind ganz coole Monster, aber ich fand, die waren so... Steinig mich bitte dafür nicht, aber die waren so austauschbar. Deswegen auch der Name Unknown Kaijuverse, weil das Unknown, unbekannt, ich habe keine Ahnung davon, hat sich nicht großartig geändert. Ich habe mir zwar auch die alten Godzilla-Filme inzwischen ein bisschen weiter angeschaut, dazu wird es ja auch noch Content dafür geben auf dem Kanal. Dennoch gehe ich natürlich nicht ganz so krass an die Thematik ran, wie der ein oder andere Hardcore-Godzilla-Fan da draußen. Das könnte sich jetzt aber mit dem neuen Film ein bisschen ändern, denn ich bin auf diesen Film extrem gehypt. Und jetzt kam der erste Trailer zu Godzilla-1 raus, der erste Teaser, und den werden wir uns jetzt hier mal zusammen anschauen. Ich bin sehr gespannt und habe keine Ahnung, was mich da erwarten sollte. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, wir fangen mal an, uns den Trailer gemeinsam anzuschauen. So, wir gehen in das Ganze rein. In 3, 2, 1 und los! Post-War-1, Moment! Da gehen wir gleich nochmal komplett durch. Uh! From Zero to Minus! Es ist nicht viel! Es ist nicht viel! Wir haben nicht allzu viel gesehen. Ich will jetzt erst mal meinen ersten Eindruck zu dem Teaser preisgeben. Wir sprechen dann nochmal im nächsten Video genauer über einzelne Szenen. Ganz kurz nur als kleine Info dazu. Bei diesem Trailer habt ihr jetzt am Ende gesehen, 1. Dezember 2023 kommt der Film in die Kinos. Das stimmt. Allerdings nur in den USA. In Japan kommt er tatsächlich schon am 3. November in die Kinos, meine ich. Ich werde es hier gerade mal einblenden. Ich glaube, am 3. November ist das der Fall. Da ich kein Japanisch spreche, ist für mich die englische Variante erstmal von Belang. Das heißt, für mich kommt der Film am 1. Dezember in die Kinos und eventuell auch auf irgendwelche Streaming-Dienste dann kurz darauf. Wir schauen einfach mal. Das war jetzt ein sehr kurzer Teaser gewesen. Da hat man jetzt nicht allzu viel gesehen. Ich bin ein Fan davon, wenn ich geteased werde, aber nicht gespoilert werde. Hier bin ich auf gar keinen Fall gespoilert worden. Der Unterschied zu dem Godzilla-Cross-Kong-Teaser und dem jetzt hier ist einfach gewesen, dass dieser Teaser mir wirklich Sachen aus dem Film gezeigt hat, während die Szene, die wir in Godzilla-Cross-Kong gesehen haben, mit King Louie, wie so viele sagen, der auf dem Thron sitzt. Die Szene wird so nicht im Film vorkommen. Hier haben wir jetzt einen bisschen besseren Eindruck bekommen über die Stimmung der ganzen Nummer. Ich meine mal gelesen zu haben, dass dieser Godzilla-Film in der Vergangenheit spielt. Also der spielt nicht 2023 oder sowas. Der spielt nicht im aktuellen Zeitraum. Shin Godzilla damals war ja noch im aktuellen Zeitraum, als der Film damals veröffentlicht wurde. Der soll wohl in der Vergangenheit spielen. Ich habe da eben gerade mal drauf geachtet und habe das nicht wirklich erkennen können. Ich hoffe, es stimmt so, was ich sage. Ich werde es auf jeden Fall nochmal für euch recherchieren und wenn ich es rausfinde, werde ich es hier mal einblenden. Was mir zuallererst eingefallen ist oder aufgefallen ist bei diesem Teaser, ich bin ja ein Riesenfan vom allerersten Godzilla-Film. Ich habe den nachgeholt, erst vor drei Jahren glaube ich. Da habe ich mir den allerersten Godzilla 1954 das allererste Mal angeschaut gehabt und man mag meinen, ja, aber der ist ja schwarz-weiß und da ist ja die Qualität noch so anders und mich kriegst du mit sowas. Ich bin Nostalgie-Mensch. Ich finde Filmmache immer geil, gerade wenn du keinen CGI in Übermaß benutzt. Ich mag Tricktechnik, die mit animatronischen Puppen und eben mit Tricks gezeigt wird und eben nicht nur am Rechner produziert wurde. Von daher mochte ich diesen Film extrem gerne und der allererste Godzilla hat einen Riesenvorteil dadurch, dass er in schwarz-weiß gedreht wurde. Es gibt im allerersten Godzilla-Film bestimmte Szenen, die gerade weil sie in schwarz-weiß präsentiert werden, unfassbar stark an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Oder generell an Kriegsszenarien, an Kriegstokus, die auch meistens dann in schwarz-weiß irgendwo in Dokumentationen erscheinen. Davon profitiert der allererste Godzilla-Film definitiv extrem. Ich hatte bei dem Film jetzt hier ähnliche Gefühle. Ich weiß nicht, worum es da wirklich gehen sollte. Wir sehen ja am Anfang immer die ganze Stadt, die zerstört wurde, was auch sehr an ein Kriegsszenario erinnert hat. Und da habe ich mir auch erst ganz kurz gedacht, geht es da vielleicht auch irgendwie um einen Weltkrieg, der gerade vorbei ist? Und dann taucht Godzilla erstmal auf. Und danach haben wir aber diese Uhr auch gesehen. Und diese Uhr gibt es in Japan wirklich. Und diese Schramme, die da reingelaufen wurde quasi, diese Szene mit der Spur, die wir im Teaser ganz kurz sehen, hat mich sehr an den 2014er Godzilla erinnert. Das heißt, ich glaube, dass diese Zerstörung in dem Film auch nur von Godzilla ausgeht. Und der allererste Godzilla war ja so ein bisschen eine Metapher gewesen. Eine Metapher vor der Angst vor Atomwaffen, die unfassbar gut umgesetzt wurde. Ich kann den allerersten Godzilla-Film nur jedem ans Herz legen, der dieses ganze Schwarz-Weiß-Gedöns so ein bisschen für sich auch vielleicht verinnerlichen kann, der da Bock drauf hat oder einfach mal ein Auge zudrücken kann. Der Film hat wirklich gezeigt, ja, Godzilla ist nicht einfach nur ein Action-Monster, wie es einfach in Hollywood heutzutage gezeigt wird. Godzilla ist eine Metapher für Angst, für Furcht, für Furcht, für Furcht vor verschiedenen Dingen. In diesem Fall im ersten Godzilla war es eben die Angst vor Atomwaffen. Das hier, in diesem Film scheint mir eine sehr, sehr, sehr starke Anleihung an Anlehnung an den allerersten Godzilla-Film zu sein. Es ist kein Remake, das glaube ich nicht. Das würde man auf jeden Fall auch anders kommunizieren, als den Film Godzilla Minus One nennen. Aber der Film scheint auch wirklich wieder zu den Ursprüngen zurückzuspringen. Also Godzilla ist, ich würde nicht mal sagen böse. Godzilla war auch im ersten Film nicht wirklich böse. Aber Godzilla ist auch wieder hier die Urgewalt, wie es scheint, die eben diesen Terror und die Katastrophe und Zerstörung über die gesamte Welt bringt. Was Toho definitiv wieder mal besser macht als Hollywood, ist ganz einfach das Gefühl rüberzubringen, dass dieser Film scheinbar nicht nur aus CGI-Monstern besteht. Das haben wir auch schon bei Shin Godzilla gehabt. Und da war sehr faszinierend mal zu sehen, wie häufig Shin Godzilla eigentlich in CGI produziert wurde, wo man das überhaupt nicht erkannt hat. Das sah wirklich aus wie eine Puppe trotz allem, obwohl es aus CGI gewesen ist. Hier ist es, glaube ich, wieder ähnlich. Godzilla sieht hier einfach sehr organisch aus. Der fühlt sich wirklich an wie in dieser Welt. Und auch hier scheinen sie CGI wirklich nur als Hilfstellung benutzt zu haben. Vielleicht irre ich mich auch und das ist alles komplett aus CGI. Jeder Mensch ist aus CGI. Die haben das eben nur super gut umgesetzt. Aber ich glaube, hier haben sie wieder einfach... Du merkst hier einfach die Toho-Liebe, die in diesen Filmen mit drinsteckt. Und ich habe da tatsächlich ein bisschen mehr Bock drauf, als auf den Hollywood-Godzilla-Cross-Kong. Das Design von Godzilla ganz zum Schluss hat mich auch wieder sehr stark, für mich ein bisschen zu stark, an den 2014er Godzilla erinnert, also den Monsterverse-Godzilla. Die sehen sich schon irgendwie sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob das im fertigen Film auch noch so rüberkommen wird. Wir sehen ja eben nur ganz kurz die aufgerissene Schnauze von Godzilla hier in dem Film. Ich schätze mal, dass die aber nicht das Design eins zu eins kopiert haben. Wir sehen jetzt ja hier auch schon ein paar Abweichungen. Gerade eben die Augen von diesem Godzilla sehen schon mal ganz anders aus. Also ich persönlich habe extrem Bock auf diesen Film. Und wie gesagt, habe immer noch ein bisschen mehr Bock auf diesen Toho-Film, als auf den Hollywood-Godzilla-Film. Wie ist deine Meinung zu diesem Teaser? Hast du ein paar Anmerkungen dazu, beziehungsweise spar dir mal die Anmerkungen bis zum nächsten Video? Denn da will ich so eine kleine Trailer-Analyse machen oder eher eine Teaser-Analyse, wo wir mal ein bisschen auf die einzelnen Szenen eingehen und da vielleicht noch ein bisschen mehr rausziehen können, was denn da wirklich abgehen kann. Vielleicht auch so ein bisschen was, was die Story angeht. Da glaube ich aber, ist man erstmal noch so ein bisschen im Geheimen, beziehungsweise die Godzilla-Story ist meistens eher nicht so ganz komplex. Und wenn das wirklich jetzt eine Hommage oder eine Anlehnung an den ersten Godzilla-Film sein soll, wird es hierbei eben um das Thema, naja, Zerstörung gehen. Aus welchem Grund auch immer symbolisiert Godzilla hier vielleicht wieder Atomwaffen, Klimakrise. Er wird auf jeden Fall das Symbol von irgendwas sein, das glaube ich schon. Mehr wissen wir aber noch nicht, wie gesagt. In diesem Sinne bin ich also raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.